Willkommen zurück, ne? Ja, willkommen zurück und so, ne? Auf zum ersten Part. Ich habe einen Barbarenfreund gefunden. Und meine Vögel finden das anscheinend sehr entzückend. Paarungszeit bei Isa. Nein, so nicht. So nicht. Ja, wie gesagt, ich reite hier weiter. Aber ich habe gerade nicht mal irgendeine Taste auf irgendwas liegen. Also ich bin mal wieder auf dem Weg zu dem Turm, wo wir damals den dunklen Gott, also damals, ne? Damals? Damals, als wir noch Level 43 waren. Als wir noch jung waren, bitte. Als wir damals da am Turm waren und den Gott beschworen haben, da bin ich gerade wieder und darf Monster klatschen. Juhu. Muss ich eigentlich noch töten. Ich reite gleich jetzt zu irgendeiner... Ich reichte gerade durch das Wolf-Totenthal. Ah, weißt du, was? Dunkelblaue... Ne, was? Hellblaue Quests können, wenn sie gelöscht werden, nicht mal aufgenommen werden. Und dunkelblaue Quests sind einfach da. Hä? Ja, aber bei mir sind, glaube ich, auch die ganzen Quests pink. Ich habe auch pinke irgendwo rumfliegen, aber ich habe die jetzt auch nicht angenommen. Ich verstehe überhaupt. Ich meine, die haben die Schriften geändert und alles in dem Quest-Ding, aber ich irritieren mich dennoch. Ich sehe da keine Logik drin. Naja. Klatschen wir mal, paar Kaktuiden. Aber nicht so, als wären das irgendwie Fernkämpfer oder so, ne? Aber mittlerweile kann auch meinen gesamten Skill-Pool einmal durchgucken mit allen Chi-Fähigkeiten mittlerweile. Oh ja, ich habe immer noch meine drei Skills. Ich habe ja mittlerweile vier und ein Sweet-Lauf-Skill. Hast du da eine Chi-Quest noch nicht gemacht und abgeholt, oder wie? Doch, aber ich kriege ja da nur die Fuchs-Gestalt, eine passive, den Fuchs-Skill und dann noch einen anderen Skill für normale Form. So sieht es nicht aus. Ähm, Lügner? Ach, da unten, kurz. Äh, du. Trauer nach Kuh. Lauf vor Angriff, Kaktuide, da werden Erinnerungen wacht. Oh! Wo kommst du denn da drauf? Bei Kaktuiden werden doch... Oh, da steht der Endboss. Oh, Killer-Kaktuide. Oh, wir sind tot. Oh! Oh! Oh ja, stimmt. Oh ja, ja, ja. So. Wir sind am Pfad der Mutigen angelangt. Oh, das war mutig von dir. Ja. Deswegen habe ich es auch so, so dezent nochmal vermerkt. Wache des Tors. Wir machen die endlosen Albträume, nicht die endlosen Albträume, sondern die... Die bloße. Ähm. Was kann ich für euch tun? Wo sind die akrymonischen Kaktuiden? Ich werde sie vernichten. Akrymonische Kaktuiden? Weißt du, wenigstens kannst du... Hast du Kaktuiden... Eine Kaktuidenart, die du aussprechen kannst. Was sind denn akrymonische? Endlich haben wir jemanden, der sich um sie kümmern kann. Ihr findet sie im Sinn. Ich danke euch. Es ist natürlich auch gut, wenn man zu einem fremden... Fremden Personen hingeht, so... Hi! Oh, du! Was geht? Wo sind die Kaktuiden? So einfach nur so, what the fuck. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ich gehe auf die Straße. Kaktuiden! Ich habe gelernt, wir Deutschen, wir sind sehr, sehr direkt. Zum Beispiel auch, wenn wir telefonieren, wir wollen immer direkt zur Sache kommen. Und andere Völker, die fragen dich erstmal, wie es geht, wie es das Wetter... Sie laubern erstmal drumherum, bevor die überhaupt sagen, was zur Sache kommt. Meine Mutter versucht das aus mir rauszukriegen. Das Direkte oder das Indirekte? Ja, ja, die sich erstmal fragen, wie es geht, was machst du so, wie war dein Tag? Ja, ihr musst heute auch in Frankreich anrufen. Und die hat das nämlich auch, das wollte direkt so loslegen und dann so... Ja, wie geht's dir denn? Äh, äh, gut. Äh, ist los. So. Okay, jetzt brauche ich nur ein paar Kaktuiden, aber die sind anscheinend vom Aussterben bedroht. Ja, du bist ja auch da. Ich muss ja auch nur sieben töten, na? Das sind die letzten sieben, die es hier gibt. So, Tor des Altertums. Vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Was, dass ihr... Danke, du dummes Kaktuiden. ...zuhilfe gekommen seid. Fertig. Okay. Die Quest ist jetzt fertig. Ich habe gleich übrigens ein Level-up. Oh, echt? Ich bin jetzt bei 25%. Ich habe jetzt 85% und muss noch ein paar Quests abgeben. Quest. Warum rennst du mir jetzt weg? Ich weiß es nicht. Ich werde erst, wenn ich hier wegrenne und jetzt... Ja, weil du die Zeitquests nicht machst. Ich habe am Rezept für ein neues Heilmittel geforscht. Auf diesem Gebiet wurde seit Beginn der Warn-Wat-Wave-Invasion nur wenig Fortschritt erzielt. Aber glücklicherweise bin ich auf etwas gestoßen. Was habt ihr herausgefunden? Zufällig habe ich herausgefunden, dass das Blut der Schafzahnwölfe schnell gerinnt. Ich möchte dies genauer untersuchen. Könnt ihr mir sieben Schafzahnwölfe Blutproben besorgen? Sie werden oft im Osten des Wolf-Toten-Tals gesichtet. Kein Problem. Ich finde das immer toll, wenn die einfach mehrere deutsche Wörter aneinander reihen, wie Schafzahnwölfe Blutproben. Ich finde es eigentlich lustig. Mich greifen so zwei Monster auf einmal an und... Schaden? Welcher Schaden? Was los? So. Bruderschaft. Ich finde seine Liebe für seinen Bruder gut. Ich habe diese Materialien und werde sie ihm geben, wenn die Waffe geschmiedet wird. Vielen Dank. Ist doch einfach. Hä? Oh, was kriegst du? Oh, ich krieg... Arcana-Armpanzer. Oh. Oh. Du bist nicht zu nobel. Ja. Wie gesagt, ne? Level up. Sterb. 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 Sterbige. Das Geschenk. Dieser kleine Unhold bestätigt sich bestimmt über mich. Ich bin nur nach Hause. Ich spreche von kleinen Daisy in Rotfels. Bevor ich nach Tor des Altertums kam, versprach ich ihr ein Ei von einem Segellux-Sperr. Das Chaos des Krieges hat mein Geschäft einen großen Aufschwung geschert. Aber mir wäre es natürlich lieber gewesen. All dies wäre nie passiert. Wenn ihr Zeit habt, helft mir bitte einen Segellux-Sperr zu fangen und ihr zu bringen. Ich hoffe, das wird ihr einige Freude bringen und den Schatten dieses Krieges etwas auffällen. Ja. Tierretamen, Tierretamen und natürlich mit dem Teleporter sprechen. Kräutertee? Ach ne, Kräuterfee. Kräuterfee? Ich dachte, da steht gerade ein NPC-Lams Kräutertee, aber er heißt Kräuterfee. Geil. Doch. Amüsiert mich köstlich. Ich finde mal dieses Autorouting zurücklehnen und warten. Ich lese jetzt die Quest vor. It zum Zuschlagen. Das steht für dich. Dies ist eine sehr gute Gelegenheit. Wir können uns endlich von den Problemen mit den Werwolf-Bogenkämpfen und Segelux-Vasallen befreien. Welche Gelegenheit? Die Werwolf-Bogenkämpfer 1 und die Segelux-Vasallen kämpfen um Land. Wir können Vorteile daraus ziehen, dass sie miteinander beschäftigt sind und beiden einen entscheidenden Schlag versetzen. Klingt nach einem guten Plan. Naja. Oh. Ich liebe es, wenn ein Plan zusammenkommt. Oder wie heißt es? Wenn ein Plan zusammenkommt. Ja. Ich liebe es, wenn ein Plan zusammenkommt. Bleib positiv. Wir können auch mal irgendwann eine Folge einfach damit füllen, dass wir irgendwelche Zitate... Oh, ich weiß mal, was ich sagen soll. More. I can be so much more. Lay in an egg isn't not so easy, it is luck. Oder? Ähm. Wie heißt es denn? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach ja. Vailor to me. Vailor to me. Vailor. 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 Was ist du? Blöder Vogel. Blöder Vogel. Ich werde dir eben eine Quest vorlesen. Ja. Äh, zwei sogar. Oh. Übertreibst du dich, ne? Denn das die Materialien, die ich von Schneiderin Loh angefordert habe. Sehr gut. Ja, ich bin fast umgekommen beim Versuch, sie müssen so kommen. Eigentlich nicht, aber ich hoffe, dadurch kriege ich mehr Geld raus. Oh, ich kriege sogar eine Rüstung. Schwere, adlige Platte. Was? Die Platte ist adlig? Ja, bist du nur, ne? Man muss nicht zu edeln, ne? Wie war das gerade? Gute Arbeit. Fertig. Ich habe sieben Kaktouinen getötet. Gute Arbeit. Oh, ich kann meine Rüstung wechseln. Wow. Ich habe mir eben einfach so von 20 auf 100% Erfahrung gekriegt. Weißt du, und du beschwerst dich noch. Ja. Oh, ist die schwere, adlige Platte, dann wow. Ja, da habe ich mir gerade bei den Handschuhen auch gedacht, weil als du es gesagt hast, du kriegst ein Item, habe ich mir gedacht so, ey, du hattest ja jetzt auch ein Item bekommen, so, hm. Also selbst mit dem Bonus, wo wir sie auf dem anderen haben, ich denke, es ist eine kleine Rüstung, die wird schon, ne? Ja, also, da verzichte ich auf den letzten Bonus. Ist mir eigentlich gerade nicht egal, Hauptsache ich sehe voll aus wie Garen, nur in weiblich mit dieser Rüstung. Demostio! Entschuldigung. Ja, so eine Art. Ich mache jetzt noch ein paar andere Quests. Ja, ich bin gerade auch, ich, 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 ja, irgendwie, ich laufe gerade ein bisschen verkehrt, verkehrt. Nein, ich möchte nicht zu Schmied Chang, der ist so weit weg. Was habe ich denn noch? Uuuh, helft dem Jäger. Wer ist denn überhaupt der alte Jäger? Ne, das ist mir gerade so weit weg. Findet Lola. Wer bist du? Ätherklinge, okay. Ich habe immer den Eindruck, als, äh, Fuchs bin ich schneller, aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Weiß ich gerade gar nicht. Okay, ich gehe dann jetzt, äh, ich porte mich jetzt mal stückchenweise zurück. Warte mal, ich gehe jetzt, ich, ich, es kann jetzt mehr dauern, ich gehe zu Schmied Chang. Und zwar zu gut. Ja, ich, ich, ich muss ja gleich auch wieder zu der kleinen Daisy geben und deren Ei, äh, von dem Tier übermitteln. Ich weiß, dass Isa in ihrer Fuchsform rumläuft. Warum? Ja, das steht neben deinem Namen. In der Gruppe. Oh, tatsächlich. Auf was ich mich ja freue, ist erstmal mein, äh, Death-Buff-Dumbult. Müsst ja eigentlich bald sein, ne? Mhm. Guck mal nach, wann ich den kriege. Ich kann aber gucken. Oder ob ich mittlerweile auch mal wieder zum Lehrer gehen sollte. Oh, Level 19. Level 13, ja, natürlich. Level 16, uh. Ich kriege mit Level 10 nämlich mein, äh, Aura der goldenen Glocke. Das klingt so seltsam. Oh, ich hätte noch einen zweiten Fuchs-Skill gerade, aber jetzt will weiter. Hä? Äh, den hab ich ja. Was gibt's noch? Ne, der ist glaub ich noch nicht. Ich glaub ich sollte mich langsam nochmal eben zu meinem Lehrer aufmachen. Dezent. Ganz dezent, aber erstmal, äh, zu dem, die Zange holen und selbstverständlich gleich wieder zurückbringen müssen. Ich verstehe gar nicht, wieso der eine Zange braucht. Ja, um die Waffen zu reparieren, die die ja an den stabilen Häuten der Waze abnutzen. Aber, ja, aber wenn die sie doch abnutzen, dann muss er doch die nur schleifen. Ja, weil der nutzt ja jetzt die Zange, damit er das anscheinend festhalten kann, weil damit er sich nicht an dem Schwert schneidet. Ja, aber wie geht denn eine Zange dabei kaputt? Das musst du mir auch mal erklären. Wenn du die einfach zu oft nutzt, dann geht die halt irgendwann kaputt. Mach mal ne Zange tausendmal auf und zu und dann nochmal tausendmal und dann nochmal tausendmal. Ja, wenn ich die Qualität Zange habe, dann passiert das auch nicht. Tja, der kann sich das halt nicht leisten. Dann habe ich noch Garantie darauf und sag, hier, gib mich neu. Die Garantie gab es hier damals noch nicht. Ja, ist ja auch ein asiatisches Spiel, ne? Made in China, Made in Taiwan. Das ist alles Made in Taiwan. Mit dem gefälschten CE-Scheichen. Ja. CE-China Export. Es gibt tatsächlich ein CE-Zeichen, das ist China Export. Das ist irgendwo so ein Nanomillimeter weiter auseinander als das Original. Mhm. Was zur Hölle? Das ist China Export. Das kannst du mit einem Auge so nicht unterscheiden, aber ich bin irgendwo falsch abgestiegen. Keine Ahnung können das, oder was? Was? Schmidschan? Okay. Hallo Schmidschan. Wie geht's dir? Uh, ich hab die Bogenschützen fertig. Waffe reparieren. Was? Seine Zange ist schon wieder kaputt? Das ist bereits die dritte. Ja, vielleicht hätte er ja doch Garantie drauf. Nun, je mehr Zange benötigt, umso intensiver der Kampf. Bitte gebt mir die neue Zange. Also, hier ist sie. Ich hab sie bereits auf Lara gehabt. Verliert sie unterwegs nicht. Hup. Boah, das ist einfach... Ich... Wetten, der verliert in Möglichkeit seine Zange nur andauernd? Aber ich bin immer... Ich frag mich immer, wer hat sich da hingesetzt und diese richtig kreativen Dialoge zusammengestellt werden. Ich sag mal, man kann es doch wirklich ein bisschen... Die müssen ja nicht viel reden, aber die müssen... Sind es gemäß... Sollten die ein bisschen besser aufeinander abgestimmt sein? Oder überhaupt geschichtlich? Ach ja, ich wollte zu meinem Trainer gehen, ne? Ich weiß nicht, ich renne gleich gegen Baum. Oh, noch nicht. Baum. Weim Baum. Das war einfach so, wie war es? Warum bist du heute nicht zur Schule gekommen? Weil Baum. Warum seid ihr zu spät? Weil Baum. Das passte super an die Woche. Ja, das ist schlimm. Vom Nachpfingsten, ne? Baum, Baum. Das Schlimmste... Das Schlimmste... Meine Arbeitskollegin... Ich saß nämlich morgens da so... Zu Hause so... Ja, kein Bus fährt? Ja, komm ich nicht zur Arbeit. Okay. Tschüss erst mal so ein bisschen, ne? Und dann meine Arbeitskollegin. Ich kann probieren, nicht abzuholen. War die plötzlich in 20 Minuten bei mir vor der Haustür. Und schon so... Hm? Wie kann das sein? Und das Fährste war... Wir waren einfach... In 20 Minuten dann plötzlich auch Arbeit. Ja? Ja. Und dann so... Wieso hast du nicht länger gebraucht? Hm, keine Ahnung. Ich find das jetzt auch grad ein bisschen beschissen. Braucht die überhaupt die Monster? Nein. Braucht die? Nein. Hauptsache es fängt schon an, dass ich nicht genug Nox hab, um all meine Fähigkeiten zu lernen. Das ist aber früh. Ja, ich konnte nicht alle lernen. Das war zu viel auf einmal jetzt. So, brauche ich jetzt was... Segelux-Sperr. Dich brauche ich. Attacke, Wolf. Isamon. Der will Ultra. Oh, jetzt habe ich den umgebracht. Uppala. Ich wollte den shame. Uppala. Tut mir leid. Den wollte ich wirklich nicht. So, dann machen wir das mal so. Und dann würde ich das nicht töten. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Nein, es ist schon wieder gestorben. Verdammt. Was ist gestorben? Mal, ich versuch grad ein Tier zu tamen, aber es funktioniert nicht. Oh, so schlecht. Nee, ich töt's ja die ganze Zeit, auszusehen. Gut, dann lasse ich's halt den Wolf machen. Krieg das ja... Wow, 419, um meine Rüstung zu reparieren. Einfach mal, Rindemal, alles reparieren, bevor's mal kaputt geht, oder so. So. Bin jetzt auf der Suche nach betrunkenen Leuten. Ich hoffe, der bringt jetzt mal... No, du verfickter... Entschuldigung für die Ausdrücke, du blöder Wolf von mir. Bringt der den einfach um. So ne Scheiße. Ja, wie tamt man ein Tier? Ich weiß es nicht mehr anscheinend. Ich konnte das mal besser. Pokémon, komm, schnapp sie dich hin. Aber ein Baumwollfahren. Ich mach gleich den Level ab, nur weil ich die die ganze Zeit... Ich bin überhaupt nicht betrunken. Warum hab ich diesen komischen Löffel? Ich bin nicht Lola. Nun, ich denk nicht, dass ich eine echte Schnapsnase bin. Auch wenn ihr mich betrunken seht. Und warum seid ihr zweimal da? Nun, kennt ihr Lola die Denkerin? Sie ist eine bekannte Abenteurerin, glaub ich. Angeblich ist sie sehr mutig, aber was hat das mit euch zu tun? Nun, vor vielen Jahren haben wir beide unter dem gleichen Meister gelernt. Wisst ihr damals... Wie lange raps mich jetzt? Ach, das ist ein gutes Gebräu. Aber die Fähigkeit des Springens hat sie da erlernt. Und ihr habt es nicht? Ja, aber ich kann drei Bier auf einmal trinken, ohne abzusetzen. Wollt ihr sehen? Ich kann's euch zeigen. Nein, danke. Verhoffte ich, den selben Lehrer zu haben und einige Prüfungen und Herausforderungen des Trainings gemeinsam anzugehen. Das ist Miekt zusammen. So sucht der Zeit nur einen neuen Schüler. Sind sie gemeint, wie eigentlich sie unsere Seiten Meisters weitergeben kann. Und wenn ihr mein Test besteht, werde ich euch an sie weitervermitteln. Okay, und was soll ich tun? Das hängt nie. Wer? Nehmt euch zur Luftpassage und bringt mir etwas aus der Kiste da. Ihr könnt die Passage nur mit Nordviertel der Stadt finden. Äh, ich habe höhere Angst, vergiss das. Okay, gut. Oh Gott, ey, musste da so viel labern. Da war man sehr krampig und wirklich mal krampig. Oh, ich weiße. Ich bin so doof. Ich habe einfach die ganze Zeit den falschen Skill erst mal gemacht. Oh, I did it. Und dann habe ich das für die ganze Zeit umgebracht. Hurra, Spieler Carmen erreicht als erstes die Ziellinie. Ich habe das Ei. Was für ein betrunkener Idiot war das jetzt gerade? Das war der betrunkene Krieger Kioho. Kioho. Ja. Und ich habe noch eine Quest. Oh Gott. You can do it, if you really want it. In 50 Sekunden. Schmiedtungern braucht noch mehr gestohlene Schuppen, als ich hier auf Lager habe. Sie sind ein seltenes Material, das bei der Herstellung moderner Waffen unbedingbar ist. Weshalb wir unbedingt eine unterbrochene Versorgung aufrechterhalten müssen. Könnt ihr bitte losziehen und einige von den Schlanagma rund um die Hügel der Kriecher für mich besorgen? Ich werde einen Teil meines Profits als Belohnung mit euch teilen. Okay. Jetzt hast du aber Gas gegeben, ne? Ich wusste nicht, wie lange die Quest ist, was auch so eine Creech-Rosa-Quest war. Ach so. Never trust a Creech-Rosa-Quest. Ah, ja, ich habe jetzt gleich hier meine nächste Quest fertig und werde mich dann auf den Weg zu kleinen Daisy machen. Meine nächste Quest will mich schon in meine nächste Stadt führen. Oh. Ja. Nee, schlecht. Ja, und da werden wir auch schon wieder dieses dezentige Vibrieren. Ja. Gut. Damit ist die Folge auch vorbei, wenn wir in den Jungs zuschauen, ne? Jungen. Tschüss.